Für mich ist die Rollenverteilung ganz klar. Wir sind in allen Bereichen gleichberechtigt. Julia und ich haben uns mit sieben auf dem Fussballplatz kennengelernt. Der Kontakt zwischen uns ist allerdings verloren gegangen, weil wir verschiedene Wege eingeschlagen haben. Julia war in der Fussballakademie vom SfV in Biel und ich habe mich auf meine schulische Ausbildung konzentriert. Ein paar Jahre später haben wir uns per Zufall wieder getroffen. Julia ist jetzt Stammspielerin bei der IB Frauen in der Verteidigung und ich arbeite Vollzeit bei der AXA. Dass ich meine Partnerin bedingungslos unterstütze, ist für mich selbstverständlich. Ich halte ihr gerne den Rücken frei und übernehme zeitintensive Aufgaben wie den Haushalt, sodass sie sich auf ihre Karriere als Fussballerin konzentrieren kann. An den Spieltagen bin ich immer dabei und füre sie an. Weil mit gutem Teamwork kann man alles schaffen. Ja und ich habe dabei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.